so ein wunderschönen guten morgen meine damen und herren wir haben jetzt sonntag kurz vor ich bin jetzt unterwegs zu meinem langjährigen kumpel oligi der heute für mich den reiseleiter gibt und zwar ich habe es ja in dem ankündigungsvideo schon gesagt heute geht es von der burgruine märzalber schloss in märzalben geht es über den ewigen pfad zum blühtpol turm und wieder zurück knapp 20 kilometer wie gesagt oli macht heute für mich den reiseleiter und ich hole den jetzt ab ich hoffe dass der auch schon soweit fit ist man weiß ja nie was um diese uhrzeiten so dazwischen kommen kann ja und ich habe jetzt schon kaffee im gepäck alles was wir sonst so brauchen wie gesagt freue mich jetzt dass wir da irgendwie mal wieder die zeit gefunden haben was zusammen zu machen das kommt ja auch nicht immer vor wegen den ganzen verpflichtungen kinderfamilien überhaupt ich habe den jetzt dadurch dass ich ein paar jahre in einer anderen stadt gewohnt habe sowieso nicht mehr so gesehen na wie auch immer tut ja alles nix der sache jeden fall ich wollte jetzt mal ab und dann schauen wir uns das mal das alles auf kamera dicker jetzt läuft gerade video müssen wir musik drunter lehre so jungs und mädels hier im hintergrund luitpol turm wir haben jetzt das etappenziel erreicht sind jetzt knapp zwei zweieinhalb stunden unterwegs seit parkplatz märzalben schloss pist eigentlich die ganze zeit nicht wirklich stark aber es reicht um ein bisschen nass zu werden also hat uns der wetterbericht ganz schön im stich gelassen aber ich muss sagen richtig geiler wald ihr seht das jetzt so ein bisschen frühling hält einzugs alles grün saftig sieht alles super aus ich habe auch ein paar fotos ein paar schwenks gemacht die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen und wir gehen jetzt mal hoch auf den ersten turm und dann zeigen wir euch mal das panorama bis gleich bex poch Und dann halt 15,3 Meter, nur noch aufs Okerlscher, weißt du? Das ist nicht freundlich, dass der Urwand vielleicht so nachstellbar ist im Bachbett. Ich bin schon vor zwei Uhr zweimal leid gelockt. Also der Weign-Nutztus, der ist zweimal in den Galsen und runterzuhst. Kann ich dort zwei Varianten lassen. Das ist wirklich schon durch so eine Lappe, das kommt jetzt nicht zehn Wochen. Das ist eine Felsetreppe, wo du runter gehst. Das ist eine Felsetreppe, so. Die acht ist dann die Meter abzuholen. Dann muss ich noch um die Kabel. So, ich denke. Ich bin hier. Uff... 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 Uff. so ladies and gentlemen ich konnte heute auf der tour nicht wirklich so viel filmen weil ich wie gesagt kumpel dabei hatte wir haben uns auch muss ich sagen immer ein bisschen verquatscht und so und das ging zu lasten vom videomaterial aber ich habe hier und da wo es eben ging versucht einfach auch ein paar piks zu machen aber ich kann euch nur sagen ich verlinke euch das alles in die infobox wie die tour heißt wo ihr die tour beschreibung findet und so weiter aber das ist wirklich eine der geilsten touren die ich bis jetzt gemacht habe also erstmal wie gesagt natur erwacht wieder das ist frühling es wird alles super grün wetter war zwar ein bisschen scheiße weil es zwischendrin mal geregnet hat aber ja gut das ist halb so schlimm ihr seid ja alle entsprechend ausgerüstet und kann man auch mal eine stunde mit regenjacke laufen das bringt auch kein um aber das ist von der natur so geil dort auch das mit diesem naturwald wo ihr wirklich auch mal über bäume durch sträucher wo wirklich mal 20 meter gebückt gehen weil das einfach schon so zugewuchert ist und so weiter also das ist nichts zum gemütlich laufen das ist eine relativ aktive tour du musst da aktiv sein aber wenn dir sowas abgeht wenn du bock auf sowas hast dann ist das mit dem was ich bis jetzt sagen kann im pfelserwald eine der geilsten touren die man laufen kann und von daher wie gesagt schaut euch das mal an die fotos ich verlinke euch das in der infobox das ist eine richtig geile nummer und und ja viel spaß beim nachlaufen ihr könnt euch könnt ihr mal in die comments schreiben wie ihr das findet wie euch das gefallen hat und auf der burg greffenstein war heute nicht mehr das wird bei gelegenheit mal nachgereicht weil ich denke dass ich die tour wie wir sie heute gelaufen sind mit sicherheit noch mal laufen die 20 kilometer sind wir in knapp fünf stunden gelaufen also es ist auch sage ich mal von vom höhenprofil ich glaube du machst 400 höhenmeter aber trotzdem fand ich das jetzt gar nicht so anstrengend da gibt es touren die die wesentlich fordernder sind also das ist ein ding das kann man auch mal mit der freundin laufen die vielleicht nicht so bock drauf hat bin noch total euphorisiert richtig begeistert ich kann nur sagen geile geile nummer jetzt wie gesagt kommt auch noch das wetter richtig schön raus ich jetzt geht es nach hause duschen essen und viel spaß beim nachlaufen ja Vielen Dank.